Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich in Hamburg und auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die Spezialistin, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video möchte ich euch zwei Alarmkonzepte vorstellen, die wir vorgenommen haben. Hier in einem Challenger und hier in einem Camaro. Unterschied zwischen den beiden Systemen. In dem Challenger haben wir eine Viper mit einem separaten Handsender eingebaut, mit einem sogenannten Pager. Und die Alarmanlage benachrichtigt euch auf dem Pager. Und in dem Camaro haben wir eine klassische Camus-Alarmanlage eingebaut und die klassische Camus-Alarmanlage bedienen wir hier komfortabel über den werkseitigen Schlüsselhandsender. Und wie wichtig es ist, sich heutzutage so ein System einzubauen, möchte ich euch in meinem heutigen Video mal demonstrieren. Und auch wie so ein System in der Praxis euer Fahrzeug präventiv schützt. Wie die Viper diese Höllenkatze optimal schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Ich brauche das Fahrzeug gar nicht zu berühren. Ich komme als Jeep ran, interessiere mich, gucke rein, kann ich den zocken? Brauche das Auto gar nicht zu berühren. Der Hellcat sagt jetzt schon, hau ab, such dir einen anderen, den du zocken kannst, aber nicht diesen. Der 2-Zone-Dual-Guard-Schock-Sensor schützt euer Fahrzeug auch präventiv gegen Vandalismus. Wenn ich jetzt hier an dem Fahrzeug rumrandaliere, sagt der Voralarm auch schon wieder, hau ab, such dir ein anderes Auto, wo du dich dran abreagieren kannst. Parallel dazu bekomme ich eine Benachrichtigung auf dem Pager und weiß, dass jetzt hier irgendetwas faul ist. Ganz sicher habe ich in meinem heutigen Video mal wieder irgendetwas vergessen. Dann könnt ihr mich gerne anrufen auf der 0172 4090 295. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken auf die info at kai-stüven.com oder schreibt unten was bei YouTube in die Beiträge rein. Oder besucht uns einfach mal in Hamburg. Vielen Dank, euer Kai Stüven.